Ja, hallo Leute, ähm, ich mach ein kleines Intro-Video, weil, la la la, ich weiß jetzt nicht die Zahlenfolge da, unser Stamm-Viewer, oder Stamm-Gucker, Let's Play-Gucker, und David schreib mich gerade bei Skype an, weil dann mich nervt, ja, ähm, ich mach ein kleines Intro-Video, weil Interflift jetzt nicht mehr geht, und jetzt spiel ich auf Eclipse-Flift. Inside-Flift, hier, ja, nerv nicht, start. Und jetzt kommt hier das, das kommt bei mir immer, leider, so, das hab ich jetzt nicht gesehen. Das lädt jetzt erstmal ganz in Ruhe. Ähm, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, und rat mal, was da drin ist, ja, ich hab ein iPod. Und hier sind meine YouTube-Videos, Terraria, mhm, Camp Daisy, mhm, Minecraft, mhm, Games, mhm, Terraria, ich muss kurz überlegen. Na, ja, das... Schon später, und David schreibt mich schon, wie er weiß, gelb war, n... Guckt euch das an! Ja, das war jetzt ein Fall, ja, das... Ich blende das jetzt aus, also, jetzt, jetzt eh, äh, direkt, so. So, ja, ähm... Sprite. Verwende zu Fliff. Und jetzt ist es weg. Ja, das ist mein Problem. Ja, und... Ja, viel Spaß, Leute. Vielleicht hat ja irgendeiner einen Tipp, was ich dagegen machen kann, weil Inside Flip gefällt mir doch sehr. Na gut, er ist ein bisschen langweilig am Ende, aber... Eigentlich ist er sonst ganz cool. Also. Fickt euch! Nein. Fickt euch doch! Ja. Fickt euch! Okay, bis dann. Fickt euch! Gebt mir Tipps! Fickt euch!